Hi, ich bin Rico aus dem Leadership Stream und mein Highlight im College ist es, einfach so viele gute und alltagsrelevante Dinge über Gott und auch uns selber zu lernen. Es ist so wichtig zu wissen, wie man mit anderen Menschen umgeht und sie richtig führt. Außerdem liebe ich die Gemeinschaft und unsere Einheit im College, das ist einfach nur der Wahnsinn.